Im beschaulichen Weindorf St. Peter am Ottersbach befindet sich das Wirtshaus zum Bergler Schlössel und ist neben dem malerischen Ort selbst ein weiterer guter Grund für einen Ausflug in die Südsteiermark. Nachdem Sie sich bei einem Besuch auf der bekannten Weinwarte eine Übersicht über die umliegende Landschaft verschafft haben, empfiehlt sich eine stärkende Einkehr in das weit unbeliebte Wirtshaus. Hier serviert Ihnen die sympathische Wirtsmannschaft saisonale Schmankerl, die durch frische Zutaten und raffinierte Zubereitung begeistern. Sehr beliebt bei Einheimischen und Gästen sind die legendären Grillabende, die das familiär geführte Restaurant im Sommer veranstaltet. Sie haben etwas zu feiern? Das mit dem Armer Gütesiegel ausgezeichnete Gasthaus freut sich schon darauf, Ihr Fest zu einem unvergesslichen Event zu machen. Wirtshaus zum Bergler Schlüssel, der gemütliche Feinschmickertreff in der Südsteiermark. Untertitelung des ZDF für funk, 2017